Im Rahmen unseres Rates haben wir uns lange und mit viel Engagement und Energie unterhalten über eines der bedeutendsten Probleme, eine der größten Herausforderungen, vor denen Europa heute steht. Eine der größten Herausforderungen seit dem Zweiten Weltkrieg, wie man nun sagt. Es geht um Menschen, es geht um Männer, Frauen, Kinder und das Ziel unseres Rates war es deswegen und bleibt es weiter, angemessene Lösungen für das anstehende Problem zu finden. Wir haben im Rahmen dieses JI-Rates von Seiten des Vorsitzes versucht, operationelle Schlussfolgerungen zur Annahme zu bringen. Wir wollten Schlussfolgerungen einerseits zur Aufnahme der Personen, wollten außerdem Maßnahmen in Bezug auf die Eindämmung der Ströme vorschlagen. Die Schlussfolgerungen des Vorsitzes werden dann auch sehr bald öffentlich gemacht und sie werden sie dann zur Kenntnis nehmen können. Dieser Rat hat zunächst beschlossen, die Hilfe der Europäischen Union aufzustocken. Für die UNHCR, also für das Hochkommissariat der Vereinten Nationen für Flüchtlinge, wird die Hilfe aufgestockt, damit diese Einrichtung in die Lage versetzt wird, effizient und human die Flüchtlingslager zu verwalten. Was Syrien angeht, haben wir auch einen Bericht vernommen vom Hochkommissar der Vereinten Nationen für Flüchtlinge, von Herrn Guterres. Er hat berichtet, wie dramatisch die Situation ist für die syrischen Flüchtlinge und das UNHCR tut, was es kann, um der Situation Herr zu werden. Und die Aufstockung der Hilfe wird nun kommen aus dem Haushalt der EU plus aus den nationalen Haushalten der Mitgliedstaaten. Außerdem ist eine norwegische Initiative präsentiert worden im Rahmen unseres Rates. Sie besteht darin, eine internationale Geberkonferenz zu organisieren für die syrischen Flüchtlinge und um UNHCR zu unterstützen. Die Mitgliedstaaten und die Kommission haben sich auch darauf geeinigt, Neuansiedlungseinrichtungen noch auszubauen. Sie wissen, dass das Vereinigte Königreich da viel unternommen hat. Außerdem hat man beschlossen, eine Umsiedlung der Flüchtlinge, die schon auf dem Staatsgebiet der EU sind, vorzunehmen. Und dazu liegen zwei Texte vor. Wir haben einen Vorschlag der Kommission für die Umsiedlung von 40.000 Personen aus Italien und Griechenland, wie Ihnen bekannt ist. Der JI-Rat vom 20. Juli hat sich auf einen Text geeinigt, auf einen Beschluss geeinigt. Das Europäische Parlament hat im Plenum dann eine Stellungnahme dazu angenommen, letzte Woche. Und mit dieser Stellungnahme des Parlaments hat heute der JI-Rat formell die Entscheidung zur Annahme gebracht, die morgen dann in Kraft treten wird. Vielen Dank.